So, und da sind wir wieder zur, ich glaub jetzt vierten Folge von Let's Play Plants vs. Zombies. Und was mir auch gefallen ist, wir sind jetzt schon Level 2, unter den Strich 1, also schon ein Level höher. Und dann sag ich mal Quatsch, quatsche ich hier mal nicht lange und starten ab ins Adventure. So, ah jetzt ist hier wieder mal Evening Let's Play. Ah, das ist ja grad sehr passend, sag ich mal. So, so Zombies just won't let up, we'll say. Ähm, ja ich bin nicht so der Englisch-Spieg, ich klicke einfach mal hier weiter und guck was auf uns zukommt. Und, damit wir ja nicht so viel Aufnahmedauer, oh was ist denn das hier? Newspaper, der kann sogar aufzeigen, das ist ja mal gut. Fällt mir jetzt erst auf. Halten die mehr aus oder gehen die schneller oder werden wir ja sehen. Also wie üblich, zack, zack. Den hier will ich gern ausprobieren, aber erstmal, zack. Der muss sein, der muss sein und dann würde ich mal sagen, noch den hier. Der kostet ja nichts, also und denn mal Let's Rock. So, einmal ganz kurz warten. Oh, Grabsteine. Tut mir einmal ganz kurz leid, aber ich muss hier was machen. So, vielleicht läuft jetzt das Spiel besser. Ja, das ist doch. Ähm, Sonnenblume. Von den Dingen an können wir ja hinstellen, wie viel wir wollen eigentlich. So. Irgendwie ist die Musik grad sehr, wisst ihr was? Denn ist das zwar nicht mehr so witzig, aber dafür labere ich ein bisschen. Ich stelle jetzt einfach mal hier den Pilz hin. Achso, ist ja niedlich. Oh. Der macht bestimmt sehr viel Schaden, der Pilz. Aber. Achso, oh. Gut, hat nichts gebracht. Da schießt der. Gut, denn schießt Pilze. Schießt. So. Jetzt stelle ich da meinen hin. Und ich würde sagen, wir holen uns erstmal eine neue Sonnenblume. Ich glaube, wir bekommen hier grad nur durch Sonnenblumen. Das ganze Zeug. So, zack. Und die machen doch ganz schön gut Damage dafür, dass die nichts kosten. So, das ist. So. Dann hoffe ich mal, dass jetzt hier mal ein paar Sonnen kommen. Weil von oben fallen die irgendwie nicht mehr runter. Und dann ist der auch einsatzbereit. So. Boah, das ist ja. Schrecklich. So, also, ja. Wir müssen jetzt mal ohne Sound auskommen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich hab keine Ahnung. Und ich würde jetzt gern langsam mal an ein paar Sonnen kommen. Ja. Irgendwann stelle ich die mal da hin. So. Das tut mir leid wegen dem Sound. Aber ich guck da nochmal. Was ich da noch machen kann. So. Unterstütz den mal. So. Das geht ja gar nicht mal so schlecht. Ich hol mir mal noch eine Sonnenblume. Weil die Dinger halt mir schön weg. So. Hm. Der hat die Zeitung als Schild. Aber die hält nicht viel aus. So. Dann. Oh. Das ist. Cool. Jetzt können wir hier Geld sammeln. Save our money to push. It's cool stuff. Aha. Das sagt mir grad null. Aber gut. Wir können jetzt Geld sammeln. Das ist doch schon mal schön. Oh. Dann wird der da grad fertig gemacht. Jetzt ist der wieder sauer. Aber auch tot. Das ist doch schon mal schön. Ich rüst mich mal hier jetzt nur mal mit den Pilzen. Na gut. Bis auf die hier aber. Und spar mir das ganze Geld mal. Spaßeshalber hier oben. So. Weil die machen wir doch ganz schön gut. Damit die Pilze. Also die sind jetzt. So für die einfacheren Level mit den Zombies hier. Sie liegt doch eine gute Investition. Also. Das. Bringt schon sehr viel. Jetzt mal die Sonne einsammeln. Und dann wieder hier ein Pilz hin. So. 300 Sonnen haben wir schon. Ich will mal gucken. Ob wir dafür jetzt auch Geld bekommen. Weil jetzt neuerdings können wir jetzt ja Geld sammeln. Und. Einfach mal nur spaßeshalber gucken. Ob wir dafür dann auch noch Geld bekommen. So. Das Geld. Cool. Von dem kriegen wir bestimmt auch hier Geld oder? Ne. Jetzt muss ich auch noch aufpassen. Wo hier mal Geld rumliegt. Das ist ja. So. Auch tot. So. Die letzte Welle Zombies. Und ich stelle den einfach mal. Dahin. Oh. Oh jetzt komm. Oh. Dafür sind die Grabsteine. Und würde ich mal sagen. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. So. Den haben die erstmal zu tun. Und ganz ehrlich. So schwer fand ich das Level jetzt nicht gerade. So. Irgendwo noch Geld hier. Ne. So. Ja. Ja. Also der ist ja eigentlich tot. Der frisst wahrscheinlich das Ding noch auf. Einmal Pilz besser für 25 Sonnen. Also. Für einmal so eine Sonne. So. Der ist bestimmt ein bisschen besser. Ah. Da. Da kam das Geld von da oben. Das ist. Give small sun at first and normal sun later. Also der gibt immer bessere Sonnen. Er ist klein und dann normale. Also so wie Sonnenblume. Wenn ich jetzt gerne die ausprobieren. Ich bin nur günstiger. Ah. 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 Zambi Kaun Heads Zambi also erstmal hier Sonnenblumen dann würde ich jetzt gern die ausprobieren diesen mal gut die und die haben sich schön bewährt gerade eben so ähm jetzt müssen wir die hier da wissen wir jetzt dass sie da herauskommen das war so und eine Sonnenblume so dann möchte ich gleich einmal so ein ausprobieren dann kommt der mal da hin und die regenerieren ja auch schon schnell so jetzt kommt mal so einer mal gucken jetzt kommen die von da unten so jetzt gibt der Small ach die machen 15 das ist auch gut zu wissen so schießt die werden auch doch da ist einer gut die werden keine Chance haben da ist jetzt noch normale Sonne jetzt kommen wir mal auf so ein Ungerade das ist ja also nicht immer 25, 50 75, 100 immer so weiter sogar halt so komisch halt ähm mach ich mal schneller so also die kleinen Pilze die bewähren sich echt die sind gut sage ich jetzt mal für den Anfang so die kann man ja mit der Schaufel später wegmachen und ja oh ja so aber die kannst du hinstellen so viel wie du willst und also ich finde diese kleinen Pilze jetzt wirklich sehr gut und das ist natürlich gerade sehr fies mit dem Typ da aber äh das ist ja scheiße ja gut da kommt oh sollte ich vielleicht da auch mal hinstellen so das behalte ich mal ich bin jetzt nur auf die Pilze hier aus erst mal und hiervor möchte ich überall noch Steine stellen deshalb spare ich auch ein bisschen also hier Steine ich sag immer Steine Walnut so und dann müsste mal da einer hin das wäre vielleicht besser und dann habe ich gleich hier noch einen für so zack schießt der auch gleich ne schade den habe ich zu weit nach hinten gestellt oioioi das wird schwierig das Level ich könnte mal ein paar Sonnenblumen hinstellen ah und jetzt ist der größer jetzt macht der auch normale Sonderpilz so oh da ne sind das auch normale ja so oi da kommen jetzt ja ein paar Zombies hier habe ich jetzt schon so eine ganze Reihe oioioi noch mal ne Sonne gut ich weiß nicht ob der hier schneller produziert aber ich glaube mir die Sonnenblumen sind effizienter so ich finde das auch also es ist witzig gemacht dass der hier erst klein und dann später große gibt aber das sind Sonnenblumen noch glaube ich effizienter ich muss hier aufpassen ich gucke die ganze Zeit da hin und gucke hier gar nicht hin und ich kann schon wieder links Pilze hinstellen und ja so das ist ja schön für die Zombies scheiße die ganze Sonne nein 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 da hin gut so wir haben eine Sonnenblume zack oioioi unten kommt jemand so wie sind da die Dinger lang am Stein vorbei ja am Stein an der Walnuss ich muss mir da angewöhnen Walnuss zu sagen oh lass dich das dick auffressen ist mir grad egal ich bin grad hier auf Sonnenaus weil die geben uns dann noch schön Geld auch noch na also so viel wir wir übrig haben dann noch zum Schluss aber ich glaub ich sollte mal das wird sehr ähm ja Bremslichter so wieder aufhalten und oioioi na also diese Eimerdinger die sind schon sehr ah der gibt fast 100 dann kommt da einer hin so noch ein Sonnenblume hier vor will ich jetzt noch schnell Steine stellen okay haben wir ja noch ui und schon wieder 12 Minuten das geht ja echt sehr schnell vorbei und Sonnen 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 uioioi 600 Sonnen das ist ja da ist noch ein kleiner Thaler stehe ich einfach mal die jetzt da hinein da ist alles voll und warum stehe ich nicht einfach hier Pilze hin die kosten nichts so so ho ich stehe da gleich noch ein Pilz hin weiß nicht mehr Schuhe Puffschuhe das ist noch ein Geldstück also hier muss man jetzt wirklich sehr aufpassen besonders wegen dem ganzen Geld und so und so es leckt mich scheiße ob der jetzt die Pflanze killt oder nicht ist mir grad egal so stehe ich noch mal die da hin und das Ding kommt da hin jetzt hat er die gekillt ja aber ist mir grad egal so kriegt er wieder so ein Pilz vor die Schnauze so das geht ja hier schon ganz gut voran das alles hier hauptsächlich mit den kleinen Pilzen und der hier gibt irgendwie keine Sonnen mehr das ist irgendwie schlechte Investition das Ding ach jetzt kommt wieder eine so da ist wieder eine Münze wie viel haben wir jetzt wir kommen 750 da so und wirst du was der kommt weg und dafür kommt so einer da hin der kommt weg und dafür kommt da so einer hin so da kommt da so einer hin für den frisst jetzt noch auf oder so gut gut dann kommt der nach da oben und dann baue ich jetzt schon mal den Ball die Sonnenblumen muss ich mal weg machen so weil da werden wahrscheinlich viele kommen die Münze den blöden Pilz mache ich weg und dafür die Sonnenblumen so so ach der dauert aber lange hier so oiuiui fängt auch schon wieder alles ein bisschen an zu verhaken wir sind mittlerweile bei 14 Minuten schon wieder es ist auch nicht gerade wirklich kurz ach so jetzt komm fertig da hin so weil da werden zwei rauskommen man muss ja vorsorgen und ich möchte so jetzt kommt die finale Welle jetzt heißt da kommen überall die ganzen raus so ich platziere einfach mal Pflanzen und davon kann ich wieder ein so jetzt wissen theoretisch ja da kommen die alle so so dann mache ich mal hier den weg und dafür den hin und der hier wird gleich sauer so macht da ein Stein hin Sonnen 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 das muss ich mal ein bisschen auf Thaler aufpassen ob wir irgendwo da Thaler rauskommen noch ein paar Sonnen einsammeln weil wir brauchen schon wie gesagt 750 hier und so kannst du nicht mal da ist noch ein Thaler so 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 und wir haben eine neue Pflanze das ist der Pilz im Großen kostet 75 also der hier in groß und wie viel haben wir 640 schade also noch ein Level aber wie ihr es schon kennt das kommt als alles in der nächsten Aufnahme und deshalb sage ich Tschüss bis zur nächsten Aufnahme und weiterhin viel Spaß beim Let's Play gucken bis dann